So, wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier bei JB Trading, deinem YouTube-Kanal von Trader für Trader, wenn es um Krypto-Trading geht. Wir schauen uns gleich gemeinsam an, was erwarte ich von Bitcoin und von Ethereum diese Handelswoche, was erwarte ich für die nächsten Stunden und erstmal sorry Leute, das Update-Video kommt jetzt heute sehr, sehr spät. Es ging nicht früher, die Kleine hat Fieber und der Kleine leidet dann mit ihr und so sind wir beide den ganzen Tag beschäftigt gewesen. Wir hatten keine Luft, tut mir leid, aber dafür kommt jetzt das Update-Video zu später Stunde. Erstmal bevor wir mit der Analyse anfangen, es gab gestern in der Telegram-Gruppe gab es die Frage, wann rechne ich mit der Altcoin-Season. Erstmal vorneweg, ich persönlich rechne nicht mit einer Altcoin-Season, so wie wir es oder wie es die meisten hier kennen von Krypto, ja die letzten Jahre. Ich habe zwar auch erst vor ein paar Wochen ein Altcoin-Update gesagt, wo ich gesagt habe, ja es gibt Altcoins, die werden bald explodieren, aber dazu muss man halt einfach verstehen, was ich damit meine oder beziehungsweise jetzt eine etwas ausführlichere Erklärung. Und zwar gehe ich davon aus, dass wir mit dem gesamten Krypto-Sektor, ja der Markt wird einfach erwachsener. Es wird auch die Volatilität in den nächsten Jahren stark abnehmen, meiner Meinung nach. Ja wir werden keine Pumps mehr sehen innerhalb von 1-2 Tagen von 100, 200, 300 Prozent, ja. So wie es, wie wir die letzten Jahre verwöhnt waren beim Krypto. Ich denke, der ganze Markt an sich wird erwachsener, auch regulatorisch ändert sich ja sehr, sehr viel. Ich denke auch das trägt dazu bei, dass weniger, nennen wir es mal Marktmanipulation, weniger Fakes, weniger Scams unterwegs sein werden. Und dann einfach die Leute abziehen, die Anleger abziehen. Was ich für mich für eine Theorie, was die Altcoins angeht, aufstellen kann. Oder was ich persönlich denke ist, dass wir hier mit Bitcoin, ja, noch eine Aufwärtsbewegung sehen, Richtung, ich habe es euch ja gesagt, zwischen 78.000 und 95.000, 100.000 ist alles möglich. Danach eine größere Korrektur sehen sollten, ja. Die kann uns dann nochmal locker auf 50.000, 60.000 zurückwerfen, ja. Das ist dann schon eine größere Korrektur, sogar 40.000 sind dann noch einmal drin. Und erst in dieser letzten Aufwärtsbewegung, wo uns dann der Markt Richtung 120.000, 150.000 US-Dollar bringen sollte, ja, rechne ich auch damit, dass es dann Bullenmarkt top ist. Ihr kennt ja meine Theorie. Dann gehe ich davon aus, dass in dieser letzten Aufwärtsbewegung von Bitcoin, wo er von 60.000, 70.000 Euro, 50.000 auf 120.000 bis 150.000 hochschießt, dass dann dort die Altcoins, die wo Potenzial haben, die wo einen Nutzen haben, dass die extrem nach oben pumpen werden, aber dafür dann halt ein Großteil der Altcoins auf der Strecke bleiben und wahrscheinlich für immer verschwinden werden aus den Märkten. Einfach von der Chartanalyse her würde es das geben, zum Beispiel, wenn wir uns das hier anschauen, was wir hier im letzten Bullenmarktzyklus gesehen haben, ja, also nur weil Bitcoin pumpt, heißt es nicht, dass die Altcoins danach alle mit hochpumpen, ja, wenn wir uns das hier anschauen. Wir haben ja bei Bitcoin, haben wir im November 2021, haben wir unser Bullenmarkt top gehabt. Ja, da sind wir ja fast auf die 70.000 hochgegangen. In dieser Phase haben aber nicht alle Altcoins gleichzeitig mit hochgezogen, ja, wenn wir uns das hier anschauen. Liste von alten, bewährten Altcoins, fangen wir an mit Chainlink zum Beispiel hier. Wie sah es bei Chainlink aus 2021 im November? Ihr seht es hier, da waren wir hier mit Chainlink, weit, weit, weit vom All-Time-High entfernt, ja. Bitcoin hat hier ein neues All-Time-High gemacht, Chainlink weit, 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 weit davon entfernt, ja, und da kann man viele Märkte da mit rausnehmen. Hier sehen wir es, Litecoin, auch Altbewährtercoin, auch nicht gemacht. Es gibt viele, viele Coins. Cardano ist aber ein Kandidat zum Beispiel, der hat hier sein Top erst im September 2021 gemacht, ja, also wo Bitcoin gestiegen ist, ist auch Cardano übermäßig stark nach oben gepumpt. Es gibt halt die und die, nur weil Bitcoin jetzt auf 150.000 hochspringen könnte in den nächsten Monaten oder einem Jahr oder eineinhalb Jahren, heißt nicht, dass alle Altcoins mitziehen. Deswegen, ich denke, nur die Altcoins werden mitziehen, ein Altcoin-Pump, eine Altcoin-Season werden wir erleben. Nur die Projekte, wo sich wirklich dauerhaft durchsetzen werden. Und da gibt es halt ein paar Kandidaten. Ich gehe auch davon aus, dass wir zum Beispiel bei Chainlink oder Polkadot, Solana sowieso, dass die noch ihr Potenzial behalten. Andere Altcoins sehen halt richtig schlecht aus. Sagen wir es mal so, Puente zum Beispiel ist so ein Kandidat, aber da gehe ich morgen in den Altcoin-Video drauf ein. Wie gesagt, heute ist es zu spät. Morgen im Laufe des Tages, sollte es hier mit der kleinen besser werden, werde ich dann halt morgen das Altcoin-Update für euch bringen. Da ist auch QNT mit dabei und da werdet ihr dann sehen, was ich dann von einzelnen Altcoins halte. Aber ihr seht es hier, Cardano-Alpe-Wert ist mit Bitcoin hochgepumpt. Chainlink zum Beispiel, Litecoin zum Beispiel sind nicht mit hochgepumpt. Im letzten Bullrun, wo Bitcoin seinen Zyklus top erreicht hat. Davon gibt es halt viele Kandidaten. Und deswegen, nur weil eine Altcoin-Season oder eine vermeintliche Altcoin-Season anstehen könnte, sollte, heißt nicht, dass alle Altcoins mitpumpeln werden. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Dass wir dann bei allen Altcoins eine Explosion sehen von 1000, 2000 Prozent. Ich glaube, dieser Bullrun-Markt wird selektieren zwischen guten Projekten und schlechten Projekten. Das erst einmal zu dieser Theorie. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser Theorie? Denkt ihr, es ist Schwachsinn? Denkt ihr, alles wird zu der Moon gehen, wenn Bitcoin auf 150.000 hochgeht oder 120.000 oder egal wohin? Ja, würde mich mal gerne interessieren, was die Community davon hält, von dieser Theorie. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir natürlich sofort in die Analyse rein. Was erwarte ich von Bitcoin diese Woche? Erst einmal vorneweg, es stehen makroökonomisch keine wichtigen Daten an diese Woche. Somit macht die Mark sowieso, was er machen will. Ja, aber wir können jetzt nicht sagen, okay, diese Bewegung könnte hier bis zum Mittwoch abgeschlossen sein zum Beispiel. Ja, sowieso. Ich kann keine zeitliche Dimension bemessen. Ich kann hier nur das mitmachen, was mir der Markt vorgibt. Noch ganz kurz, mal wieder so ein schöner Kommentar heute. Hat einer geschrieben, der hat Long-Positionen von 70.000 bis 10.000 sowas. Ich habe ja voll die geile Anlagestrategie, lol. Das sind immer meine Lieblingskommentare, weil das sind einfach Leute, die haben keine Ahnung vom Investieren und schon gar nicht vom Trading. Das sind immer die Leute, die darauf warten, dass irgendein Schwätzer da sagt, jetzt gehen wir hundertprozentig da oder dahin. Ich weiß, ich bin der Einzige, der weiß, was der Markt macht. Der Markt macht das und das. Ich bin der Beste, ich bin ein Hellseher, ich bin der Prophet schlechthin. Das sind so falsche Ansatzweisen, was die Leute vom Markt erwarten. Und das sind dann auch die Leute, wo zu den 95% gehören, wo niemals erfolgreich sein werden. Weder im Investieren, noch im Trading, noch in sonst irgendetwas, was mit Finanzen und Märkten zu tun hat. Es ist halt so, es ist immer die gleiche Ansatzweise. Es sind immer die Leute, die sagen, du hast gesagt, jetzt geht der Markt vielleicht hoch, aber er ist nach unten gegangen. Keiner kann es sagen. Keiner kann es sagen. Und wenn du darauf wartest oder wenn ihr darauf wartet, egal wer jetzt, dass euch irgendjemand sagt, der Markt macht morgen das. Jetzt kannst du investieren, jetzt kannst du long, jetzt kannst du short gehen, dann macht es. Dann könnt ihr aber genauso gut zum Bingo gehen und Bingo spielen. Das ist genauso erfolgreich. Deswegen, wenn ich weiß, dass wir hier einen Bereich haben, wo der Markt wahrscheinlich nach oben wieder wendet, positioniere ich mich da. Das ist dann nicht auf gut Glück, das ist dann Chartanalyse nach System und daran muss ich mich richten. Wenn der Markt runter geht, bin ich drin. Wenn er nicht runter geht, bin ich halt nicht drin. So einfach funktioniert das. Wir haben ja hier schon unsere Position eröffnet bei 58.000 US-Dollar bei Bitcoin. Und du, Kollege, wo wahrscheinlich der Hellseher schlechthin ist, hast den Einstieg verpasst, weil du einer von den Kollegen bist, wo wir gesagt haben, der Markt hat 50.000, 40.000 drunter, safe. Ja, dann bist du halt nicht drin. Ist halt Pech. So funktioniert es halt nicht, wie du oder wie es der Großteil der Anleger und Neulinge im Finanzwesen sind. So geht es halt nicht. Und deswegen, wir versuchen die bestmöglichen Einstiege zu bekommen, wenn der Markt uns abholt. Und wenn der Markt diese Levels hält, gut, wenn nicht, dann ist es halt so. Das gehört dazu zum Traden und zum Investieren. Ja, ich benutze auch diese Levels für das HODL-Portfolio zum Nachkaufen. Also, erstmal dazu. Jetzt gehen wir hier auf den Markt. Natürlich, Bitcoin hält hier nach wie vor dieses interne Level. Das liegt immer noch bei 68.500 bis 67.200 US-Dollar. Er hat es immer noch nicht geschafft, die 67.200 nach unten zu durchbrechen und auch dauerhaft zu halten. Er hat es aber auch genauso wenig geschafft, die 68.900 US-Dollar nach oben hin dauerhaft zu brechen. Wochenende, Seitwärtsphase, langweilig, absolut gar nichts los hier. Deswegen gibt es auch nicht viel Update von mir. Wie gesagt, wenn der Markt hier runter geht in unseren Trendwendebereich, dieser liegt nach wie vor bei 66.000 bis 62.700 US-Dollar. Wir sind hier long positioniert, sowohl im Copy Trading als auch mit der Community. Habe ich alle Levels durchgegeben. Wenn der Markt hier runter geht, wie gesagt, sind wir drin. Sollte er das hier nicht halten, bevor ich den Stand jetzt nicht ausgehe. Ich erwarte mir zumindest, wenn er runter geht hier aus diesem Zielbereich hier, erwarte ich mir eine Reaktion nach oben. Und dann, wenn wir hier einsteigen, können wir immer noch unseren Stop-Loss oder werden wir sowieso nach System unseren Stop-Loss hier in einem entgegensetzten Korrektur-Level nach oben ziehen, leicht in den Profits. Und dann warten wir ab, was der Markt uns gibt. Ob der dann von hier aus nach oben durchzieht oder ob er nochmal zurückkommt und stärker fällt. Wir wissen es nicht. Das weiß einfach niemand. Das müsst ihr einfach begreifen. Das weiß niemand. Es sei denn, du besitzt 10 Milliarden und pumpst in den Markt rein. Dann weißt du, dass der Markt wahrscheinlich pumpen wird die nächsten Stunden. Also, soviel zu Bitcoin. Ich kann nichts dazu sagen. Wenn wir runter gehen, sind wir drin. Wenn er jetzt nach oben durchzieht, auch gut. Wir sind in massig Alcoin-Trades drin, die auch teilweise noch sehr gut in Profit sind. Schauen wir mal. Wir sind in alle Richtungen vorbereitet. Ich kann leider nichts mehr sagen. Ihr wisst, die Szenarien alle. Und auch bei Ethereum, gehen wir auch gleich darauf ein, hier, noch hält auch bei Ethereum dieses Level hier, die 3753 US-Dollar bis runter zu 3624 US-Dollar. Auch von hier aus kann es sein, dass wir nach oben durchziehen. Meine Order liegen aber eher hier in diesem Bereich. Ungefähr werde ich mich hier positionieren. Ich habe meine Position wieder rausgenommen hier bei Ethereum. Warum? Weil ich nicht weiß, weil ich hier keine Struktur habe. Ich kann es nicht wissen, aber eher in dem Bereich von 3400 US-Dollar ist wahrscheinlich, dass wir hier runter gehen bei Ethereum nach wie vor. Sollten wir jetzt hier diese rote Box nach oben hin durchbrechen. Mache ich mal 4 Stunden Timeframe. Also die 3920 bis runter zu 3840. Sollten wir diese Box nach oben hin durchbrechen. Ja. Und weiter durchziehen. Dann hat sich das erstmal erledigt. Dann geht es meiner Meinung nach Richtung 4400, 4600 US-Dollar. Hier in diesem vakanten Zielbereich von dieser grünen Aufwärtsbewegung. Wir wissen jetzt nicht, ob der Markt das macht. Von dieser Schweinchenrosa-Bewegung ist das hier das Ziellevel. Wie gesagt, wenn wir hier runter gehen, müsste ich gucken, wie wir runter kommen. Und dann werde ich hier auch für Ethereum in diesem Trendwendebereich eine Position hinterlegen. Auch in der Signalgruppe und auch in Copy Trading. Aber Stand jetzt ist mir dieses Level, wo wir uns hier aufhalten, noch zu gefährlich für einen Long-Einstieg, für eine Positionierung im Markt. Dafür hängt auch zu viel vom Bitcoin ab. Schauen wir mal, solange das alles zählt bei Bitcoin-Schweinchenrosa, bei Ethereum-Schweinchenrosa, kann es sein, dass wir nach oben durchziehen. Wir wissen es nicht, ja. Von der Chart-Technik her kann man sich denken, wir bauen uns hier etwas Bullisches auf. Es kann so sein. Wir haben halt von wichtigen Levels jeweils immer nur Liquiditätsabgriffe bis jetzt. Stand jetzt würde ich eher sagen, wir gehen eher nach oben, ja. Aber es ist 60-40-Entscheidung so, dass wir eher weiter nach oben gehen. Ich würde mir nochmal ein neues Low wünschen, ein minimales Low, dass wir hier noch abgeholt werden, bevor es nach oben geht. Zumindest eine etwas stärkere Reaktion nach oben. Aber wie gesagt, wir können es nicht wissen. Wir können uns nur positionieren und können das machen, was uns der Markt vorgibt. Und wenn der Markt sagt, hey, ich lasse mich alle da unten warten, ja, weil so funktioniert nun mal auch der Markt. Es warten ja viele, nicht nur ich, dass sie bei 66.000, 65.000 einsteigen. Ja, ich sehe es auch in meiner Community. Da warten einige drauf und wie wir wissen, die Big Player lassen uns oft nicht mitziehen, ja. Dann geht der Markt ohne uns hoch. Und genau diese Leute, wo hier den Einstieg verpasst haben oder hier unten, so wie der eine Kollege hundertprozentig, hat den Einstieg hier unten verpasst bei 58.000 US-Dollar, weil er meinen Kanal natürlich nicht gesehen hat bis dahin. Hier hatten wir den Einstieg bei Bitcoin, würde ich mal sagen, ziemlich gut getroffen. Diese Leute, wo hier den Einstieg verpasst haben, die werden dann nachher hier dem Markt hinterherrennen, wir bei 70, 80, 90, 100.000 US-Dollar sind. Und genau diese Leute braucht dann den Markt, um abzuverkaufen, ja. Ihr wisst ja, mein Market Maker Video, wo gekauft wird, kann verkauft werden und somit macht der Markt das oft, ja. Dass er uns einfach nicht mitnimmt, wenn hier zu viele in bestimmten Regionen warten, dann geht der Markt manchmal ohne uns nach oben. Und genau diese Leute, wo dann dem Zug hinterher springen, die werden später gebraucht, um ihre Gegenposition von den Großen einzunehmen. So einfach läuft der Markt manchmal. Schauen wir mal, wie es dieses Mal läuft. Wie gesagt, es gibt nichts dazu zu sagen. Die Levels kennt ihr, sind seit Tagen bekannt. Und ich würde sagen, das war es mit dem Update Video. Ich bedanke mich an alle, die mich hier unterstützen, wo wir das Video bis zum Ende geschaut haben. Wenn dir dieser Content auch gefällt und du sagst, hey, das, was er erzählt, hat Hand und Fuß, macht irgendwo Sinn, dann würde ich mich freuen, wenn du uns auch unterstützt und ein Teil dieser geilen Community wirst. Und ein kostenloses Abo da ist, ein Kommentar und ein Like. Ich würde mich und diesen Kanal sehr unterstützen, dass wir wachsen, dass wir mehr Reichweite auf YouTube bekommen und dass wir diese Schwätzer mal unter Druck setzen, damit die nicht nur ihre Leute hier abziehen oder sonst irgendwelchen Schabernack treiben. Wir machen Daten- und Fakten-basiertes Trading, mehr nicht. Und ich würde sagen, das war es dann. Euch noch einen wunderschönen Sondagabend. Morgen ein super Start in die neue Woche. Wie gesagt, Alkorn-Video kommt morgen im Laufe des Tages. Ich muss gucken, wo ich Zeit finde. Es sind über 10 Märkte diesmal. Danke dafür. Und wir sehen uns dann zum nächsten Update Video. Euer Joe. Macht es gut. Und ciao, ciao, Leute. Wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020